Hallo Leute hier ist euer Storytel von heute im sechsten Part von CrashBinnyCode und jetzt machen wir weiter In der letzten Part haben wir ja den Koala besiegt und was gar mal so einfach war und jetzt müssen wir weitermachen Generatorraum, ok so 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 wow ich wusste nicht dass er jetzt irgendwie äh ja runterfliegt so 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 ich hoffe mal es gibt gleich mal ein Checkpoint ne ne ist noch ein Leben schon noch ein Leben schon noch ein Leben nein das war jetzt zu spät nein das war jetzt zu spät so 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 Wusste doch das klappt doch. Warten wir nochmal. Das wäre jetzt nicht so schlau. So. Oof. Checkpoint, nice. So. Das war Absicht. Ja genau, das war Absicht. Was? Oh Mist. Das war jetzt ein bisschen zu schnell. So. So. Springen wir. Uh. So. So. Das war knapp gerade. So. 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 Boah, das war so knapp gerade. So, das war schon mal sehr gut. Ist jetzt noch nicht einmal gestorben hier gerade, aber es tut mich natürlich zu früh freuen. Warte. Nice. So, wir haben jetzt wieder ein Leben voll. LOL. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Wirklich unerwartet. So. 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 Jump. Manche können springen, habe ich gesehen. Manche normal. Ach komm. Ich habe jetzt wirklich unerwartet. So. 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 Nein. Ach komm. Ich bin zu früh gesprungen. Es kommt echt unerwartet immer. So. nochmal. Ich mag es nicht, wenn ihr springt. Das merkst du überhaupt nicht. so. 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 jetzt. So. okay. so. 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 seine Waffen auflädt. Das ist eigentlich sehr einfacher, wenn man jetzt weiß, wie es geht. So, jetzt nochmal. Zweimal noch, Leute, und dann haben wir ihn. Nein. Nein, ach komm. Ach komm, ach man, ich war nur... Tür schwer zu schnell. Tür klar war. So. So. Nochmal. So. Noch dreimal. Nochmal. Nein, ach komm. Das ist doch nicht so einfach, wie ich mir dachte. Gut. Ach komm, nur wegen ein bisschen... Das gibt's ja nicht. So, jetzt aber. So. So. Auch dreimal noch. Noch zweimal. Ich werde lieber nochmal. Geht's ja nicht. So. Oh. 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 Und besiegt. Und besiegt. So, jetzt hat's ausgeschossen, würde ich sagen. Pine Stripe püriert. Das ist wahrisch, püriert. Püriert und nicht geschüttelt. Hm. So. Schauen wir mal. The High Road. Heißt nicht, die höchste Straße? So. Oh, ne. Nicht schon wieder. Das mag ich schon was von gar nicht. Oh, man. Ähm. Das, was ich überhaupt nicht mag. Ach komm, ich wollte doch noch springen. Ach komm, das gibt's doch nicht. Wenn ich schon wieder so ein Level habe. Wie. Vor paar Parts. Und das. Warte mal. Warte mal. So. Ach komm. Ach komm. Und dann genau da durchgefahren. Warte mal. Ach komm. So. Ja! Okay. Ach komm. hmm Das war eigentlich nicht so gedacht jetzt. Mist. Weil wenn ich dann Game Over gehe, dann beende ich den Part. Genau. So, Leute, dann würde ich sagen, beendet den Part. Das hat euch gefallen. Im nächsten Fall überspringen ich dann das Level, weil das hat so keinen Sinn. Und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Und wir sind nicht abonniert und kommentiert. Und ihr seid beim nächsten Mal bei von Crash Bandicoot von SoulAce.